In diesem Video möchte ich auch mal sagen, ob ich vielleicht mal ein neues Let's Play beginnen soll. Also ein anderes Let's Play mit anderen Bedingungen. Oder ob ich mein normales Let's Play weiterführen soll. Dazu werde ich erstmal eine neue Welt erstellen. Also eventuell eine neue Let's Play Welt. Also ein Let's Play mit viel Erb nenne ich das mal. Überlegen, das lasse ich an, aus, aus und customise. An, das ist ein Level lasse ich so, gleich so, lasse ich so, lasse ich so. Dungeon kann man ganz hoch. Ich wollte mir den Query noch ein bisschen runter und darf nicht. Und darf nicht, nein. Bei dem Zeitpunkt. Das heißt also Ausdruck. Das folgende Tisch halten. Dann stelle ich Erde ganz runter. Das Ergebnis auch. Dann Mile Auch. Und in KBO. Aufziehen. Ich finde viel ging runter, an ist es auch. Noch nur lange neben eigentlich. Dann stellen Reisen erst ganz hoch, Gold erst ganz hoch, Redstone erst ganz hoch, Luke das nicht, Diamant erst ganz hoch natürlich, Knappeslazini, und die Welt erstelle ich mal. Hier könnte ich nämlich so eine Welt, ob ich da mal Let's Play beginnen soll. Ich nehme dann einfach schon mal direkt mit dem Anschluss den ersten Harkoffen auf, kurz nachdem ich in die Welt gespawnt wurde. Wenn ich dann schon mal den ersten Part aufnehme, dann lasse ich erst mal die Welt erst mal generieren lassen, und wenn ich dann die Welt schieben werde ich erst mal pausieren und dann wirklich dann die ersten Part machen kann. Also die Welt kurz generieren lassen. Damit werde ich erst mal das Video beenden. Ja. 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 Ja.